Arina is back und ich sag ganz, ganz toll, dass wir dich wieder gewinnen konnten. Sie wissen, Arina hat natürlich für sich und ihren Sohnemann ein ganz tolles Projekt gestartet und zwar ein Unternehmen gegründet, ein Restaurant. Genau. Können wir auch mal besuchen. Aber Arina, haben wir nicht ziehen lassen und heute ist sie da. Nur für Sie letzte Stunde Happy Shopping, ein Stargast. Happy Shopping, danke Peter erstmal für diese tolle Einleitung. Das gibt es auch selten, dass der Peter mich irgendwo ankündigt. Aber ich freue mich natürlich sehr, heute hier da zu sein und ich freue mich natürlich sehr auf die Show mit Ihnen, gemeinsam mit dir, Peter, mit den Mädels hier. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Es gibt tolle Angebote, tolle Momente. Und wissen Sie, was das Süße war? Arina ist ja jahrelang im Teleshopping und Arina hat gesagt, Peter, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sage. Sag ich, ich führe dich, du Profi. Also ganz in Ruhe haben wir sie wieder gewinnen können. Letzte Stunde, tolle Preise, tolle Angebote, vieles, was unter die Haut geht und ins Herz. Absolut. Also, dann fangen wir doch mal an, oder Peter? Gerne, gerne. Gut, ich gehe nach hinten. Und wir haben heute tolle Ampullen, Peter. Genau. Die müssen wir unbedingt heute noch präsentieren. Letzte Show am heutigen Tag. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit drauf gepocht, dass wir sie auf jeden Fall noch präsentieren können, denn die sind alleine schon in unserem Online-Shop der absolute Megastar. Aber wenn Peter Ampullen mitbringt, dann wissen wir ganz genau, das ist das, was meine Haut heute braucht. Drei unterschiedliche Phasen. Genau. Peter, unsere Haut will jetzt auch so ein bisschen in den Wintermodus wechseln, oder? Und das hast du so schön erklärt. Alina, du hast das nicht verlernt. Ja, nein. Also, wir steigen noch mal ganz ruhig. Ja, Happy Shopping. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Es ist das wohl wichtigste Event des Jahres. Wenn wir Geburtstag feiern, dann aber ordentlich und mit einem ganz, ganz lauten Knall. Wir sind heute alle mit allem versandkostenfrei unterwegs. Und ja, ich habe mir eine kleine Pause gegönnt, aber habe mich so auf den heutigen Abend gefreut. Vor allen Dingen jetzt die nächsten zwei Stunden. Ich bin natürlich nicht alleine da, sondern wir reden zwei Stunden lang über Pfeffinger. Alles, was es aus dem Hause Pfeffinger gibt, seit Jahren die Bereicherung im deutschen Homeshopping. Wir haben heute tolle Mode dabei, wir haben tollen Schmuck dabei. Das Angebot des Tages, da sollten Sie heute ganz, ganz schnell mit dabei sein. Und ich würde sagen, wir freuen uns alle sehr. Vorhang auf, hier kommt unsere Rita Pfeffinger. Ich bin gleich mit der Frau Rita, was darf ich heute anziehen? Und das ist dabei rausgekommen. Diese Hose ist ja Wahnsinn, da reden wir aber gleich drüber. Aber wir fangen erst mal an mit unserem Ponte Blazer. Rita, egal wann, wie und wo, du findest so eine Qualität nicht auf dem Markt. Schauen Sie sich bitte den Preis an. Wir liegen bei 79,99 Euro. Das ist die Stretch-Qualität. Das ist der Wahnsinn. Die sitzt, das passt immer perfekt. Und wir haben die schönsten Farben dabei. Das ist übrigens Holunder. Finde ich sehr cool. Ja, das könntest du ja auch super kombinieren. Wir haben ja auch gerade viel gesehen, gerade jetzt auch im Herbst, Winter. Obwohl ich den natürlich auch im Frühjahr-Sommer trage. Ein Bläser, ein gut sitzender Bläser braucht. Das ist natürlich eine ganz andere Haltung. Die Schulter muss beim Blazer sitzen. Und dann sitzt die Schulter und dann sitzt aber alles andere nicht. Und das ist halt auch das Schöne. Egal, ob man viel Oberweite hat, die Länge ist fantastisch, finde ich. Ja, finde ich auch. Toll, Sie sehen es auch. Egal, wie Sie es kombiniert auch tragen wollen. Wir sind, Achtung, jetzt bei den letzten 500 Möglichkeiten. 79,99 Euro, Versandkosten frei. Welche Farben würdest du dir mitnehmen? Und dann ist das, was Sie sehen, dass Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie sehen.